So, jetzt geht es wieder weiter mit Super Mario 3D World. Wir sind immer noch in der nächsten Welt. Die Hälfte haben wir fertig. Und jetzt gehen wir zu der anderen Hälfte. Sturm auf den Willi-Festung. Okay. Hup. Haui, Haui, Haui. What? Okay. Nein! Okay. Wir müssen da wieder zurückgehen. Ich gehe runter. Oh, wein! Das war easy. Nein! So. So. Hier... noch mal hoch geh hoch man oh so, wir sind noch mal hoch Hm, okay, nur Münzen. Leider nur Münzen. Hier bin ich großer. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Was ist denn die Frage? Wo? ich will aber noch mal rein um in der ersten hälfte ich glaube da ist noch der stern versteckt oh ja 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 mhm So, jetzt haben wir alle. Jetzt kommen wir ja besser. Nein, nein, nein. So, wir können hier hoch. Hier hoch. Das brauchen wir nicht rein. Jetzt warten. Ja, nein. Nein. Hier lang. Nicht mit mehr. Nicht mit mehr. Okay, er läuft automatisch hoch. Ich drücke immer da rum. Okay, okay, okay. System Alcat. Das wird sogar ein Wintersturm. Let's go. Hmm. Uhuh! Hmm... Congratulations! Uhuh... Uhuh... Come to your throne. Or... I'll do it before. Oh, was sagst du mir? Leid, unsere Ziele? Okay. Oh! Nein! Let's go! Let's go. I've just lost. Ooh. I've just lost. I've lost. Oh, is that a lot? I've lost a long time. Yeah. Oh. I've lost. Kann ich hier hoch? Aber übrigens haben wir jetzt eine Chance. So, 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 eine Chance. Lass ihn auf! Okay, der letzte Stern. Wo machen wir doch mal? Der Schwarze. Hilfe! Ich kann mir widerstehen. Ich weiß ja auch nicht, wenn man wieder in der Welt reingeht. Ist es dann weg oder nicht weg? Also, ich will es nicht ausprobieren. Schleckboot! Geil. 7-Ord. Okay, kleine Schleichwerbung. Komplette kleine Schleichwerbung. So, viertel Wappenheik. Weil wir haben die zwei Sterne gesehen. Wir haben die zwei Sterne gesehen. Let's go! Und wir haben die zwei Körpers. Ich bin nicht toll. Wir haben die zwei Körpers, die zwei物件 zu verhindern. Hier war es auch nicht. Ne, da war es. Äh, wie kommen wir da hin? Ich glaube, ich weiß wie. Ja. Äh, wo bin ich denn? Da. Nein. Nein. So, kannst du denn? Golda! Und geschafft! Und alles geschafft! Sogar die goldene Laterne! Nee, Farnmast, Farnmast, nicht die goldene Laterne! Die goldene Farnmast, das goldene Farnmast, der goldene Farnmast, der goldene Farnmast, der goldene Farnmast! Jetzt haben wir das fertig! Alles von alles! Uuuuh, wieder so ein Battle! Ballarm mit dem Rätselhaus Nein! Ah, okay, fast she is! Ja, okay, fast she is! Ja, okay, fast she is! Ja! Oh! Ja! 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 Okay, okay, okay! Okay, noch eins. Nee, ich hab's schon gedacht. War es nicht so die letzte Sekunde eben gerade? Tadang! Endlich! So, jetzt kommen wir zu Boos, oder? Das letzte Mal haben wir die große genommen. Nehmen wir die kleine... Äh... Das will ich... Das will ich... Dann will ich das. Dann will ich das. Dann will ich das. Bom... Om... Egal. Let's do this! Hopps! Yippee! Hm. 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 Okay. Hm. Was ist das? Was ist das? Oh. Was ist das? T candy? Waaaah! Oh, okay. Hm. Ja. Oh, well, I love it. Hmm... Okay, am Ende brauche ich eine Bombe. Ihr habt hier nichts mehr. Unser Pilz... ne, ne Feder. Wir sind ja schon groß. Wir sind ja schon großartig. Nein, voll reingeschrungen. Hmm, ja. Aber erst sind nicht so großartig. Ja, das Level ist... Ja, nicht gut. Ja, das ist ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt. Ah, ah, ah! Ja, wir finden mal ne Ulle ohne Scheiß! Einen Pilzscheiß, Pilzmein ohne Scheiß. ja und nee, ich gleich springe runter und nur so, also und nur scheiß ja dann ja ja Oh, oh, no! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Come on! Oh Gott, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Das war ganz ehrlich, dieses Level, das Ende, das hat mich immer wieder getriggert. Nur so, also, boah. Hopp, hopp, hopp. An einem Ende hat uns nur der Steppe gefüllt. Sonst haben wir alle Sternchen. Alle Sternchen. Und ich weiß ja, wo der Steppe ist. Hier auch. Ui, ne Röhre. Nach oben? Ja, ich würde aber sagen, das machen wir beim nächsten Part. Also, ich bedanke mich und wünsche euch den Wünschen. Und nicht vergessen, Support ist kein Mord. Däumchen hoch, kommt ihr da runterlassen. Und ja, wir sehen uns morgen, alle frische Reise. Bis morgen, tschüss. Bis. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Tag geht es weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann versucht mich einfach bei Twitch. Lass mir einen Follow da. Dann bekommt ihr eine Benachrichtung, wenn nicht wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.